Du möchtest wissen, wie man eine JSON-Datei in Power BI importiert, ohne großen TamTam? In diesem Video zeige ich dir, wie du das Ganze einfach machst. Dazu habe ich Power BI Desktop gestartet und bevor wir nun diese JSON-Datei importieren, sehen wir uns diese zunächst einmal an. Dazu habe ich in Notepad++ diese Beispiel-Datei im JSON-Format geöffnet und wir sehen hier, dass es einen Hauptknoten People gibt und darunter einzelne Attribute FirstName, LastName, Gender, Age und Number. Diese möchten wir nun nach Power BI importieren, entsprechend der Datentypen. Und dazu starten wir einfach auf der Startseite. Und zwar gibt es hier im Startmenü im Bereich der Daten die Möglichkeit Daten abrufen. Wir wählen dieses Dropdown aus und suchen uns unter Weitere entsprechend den Connector bzw. Importer für JSON-Dateien. Dieser ist unter Alle oder auch unter Datei angeführt. Selektieren JSON. Als nächstes navigieren wir nun zu dem Speicherort der JSON-Datei auf den Commuter und wählen diese aus, in meinem Fall Sample. Also, ich öffne diese. Power BI erkennt automatisch die JSON-Datei bzw. das JSON-Format und lädt diese Daten in den Abfrage-Editor. Diesen haben wir vor uns und hier kann man weitere Transformationen und Modellierungen an den importierten Daten vornehmen. Du kannst beispielsweise Spalten umbenennen, Daten filtern, Aggregationen durchführen oder Daten in andere Formate konvertieren. Sobald du mit den gewünschten Transformationen fertig bist, klicke einfach auf Schließen und Übernehmen. In unserem Fall hat Power BI bereits die notwendigen Schritte durchgeführt. Diese können wir hier unter angewendeten Schritte sehen. Und zwar zunächst, ganz zu Beginn, sieht das importierte Format so aus und Power BI führt dann Schritt für Schritt die notwendigen Schritte durch, um es in einer Tabellenformat überzuführen und diese können wir nun mit Schließen und Anwenden in das Power BI importieren bzw. laden. Du kannst nun mit den importierten JSON-Dateien hier einfache Visualisierungen erstellen, Berichte generieren oder auch Dashboards. Wir können hier eine einfache Balkengrafik mit beispielsweise dem Geschlecht und das Alter, indem wir noch sagen, verwende bitte den Mittelwert. Und wie wir sehen, können so einfache Analysen und Visualisierungen mit dieser Möglichkeit durchgeführt werden. Ich hoffe, diese praktische Anleitung hilft dir bei der Nutzung der JSON-Importfunktion in Power BI. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung und bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank und bis bald.